Wird Ihnen präsentiert von Dein Messestand. Angebote für Messebau. Wir sind Teil der World of Heroes. Das ist ein Zusammenschluss von Unternehmen, von Euroleasing, BFS, von LogPay und Truckparking Europe, sowie natürlich uns, Truckjobs, die der Überzeugung sind, dass diese Branche mehr Wertschätzung ganz im Allgemeinen verdient hat. Das ist eine sehr, sehr wichtige Branche. Das ist in der Gesellschaft häufig ein bisschen verkannt. Und wir versuchen eben den Menschen oder die Menschen, die die Branche in Bewegung halten, in den Mittelpunkt zu stellen und nicht so sehr das Produkt. Und das, glaube ich, unterscheidet uns. Das macht sehr viel Spaß. Das sind wir ein bisschen Überzeugungstäter, die wir hier zusammengekommen sind. Bei Truckjobs haben wir natürlich das Thema Fahrermangel aufgegriffen und auch ein bisschen Wertschätzung in der Branche. Truckjobs.com ist mittlerweile wahrscheinlich der weltgrößte Marktplatz für LKW-Fahrer. Wir haben allein in Deutschland und Österreich, wo wir aktiv sind, schon über 100.000 Fahrer, die sich registriert haben auf der Suche nach einem neuen Job. Etwa 550 Unternehmen, die über uns suchen. Die versuchen wir eben möglichst gut zusammenzubringen über einen Algorithmus. Das heißt, beide Seiten geben an, was sie suchen, was sie bieten und auch ein bisschen, wie sie ticken. Und dann berechnen wir eben, wer sich davon kennenlernen sollte. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Im Moment ist das so, dass sich alle 14 Minuten jemand bewirbt über unsere Plattform. Das ist eine schöne Sache für beide Seiten. demonstra案 dierenzeit des Blumeam. valueimcil块at 100-000. Best Blume als overflowdehebbaus. Ruheik Auf Firebase- rabbine Rai-dmma.